Hallo zusammen, heute habe ich einen ganz kurzen Tipp zum Bereich SEO. Ich bin Marco vom DesignersIn und los mit dem Quick-Tip SEO Optimierung. Ich habe schon oft über dieses Thema geschrieben, ich habe Videos dazu gemacht. Auf meinem Blog findet ihr massig Material zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Aus aktuellem Anlass möchte ich hier nochmal ein Thema ansprechen, was enorm wichtig ist und leider immer wieder falsch gemacht wird. Und zwar habe ich... wonach habe ich denn recherchiert? Ich glaube, es war Thema Krankenkasse. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, es war Krankenkasse. Egal. Jedenfalls habe ich auch ein Suchergebnis gefunden. Das war auch gut gerankt. Und dann fange ich an, den Text zu lesen. Und ich habe den Text nicht verstanden. Also nicht, weil es fachchidesisch ist, sondern weil die Sätze keinen Sinn gegeben haben. Die waren so seltsam verschachtelt geschrieben. Und man hat gemerkt, oh, da hat jemand versucht, für die Suchmaschine einen Text zu schreiben. Und der Text war eigentlich nicht mehr lesbar. Man hat zwar die ganzen Suchbegriffe da drin gehabt und die Suchphrasen und Longtail-Keywords und alles verbaut, vorbildlich. Aber man konnte den Text nicht mehr durchlesen. Das heißt, als Benutzer war ich einfach nur genervt und habe dann wieder weggeklickt. Der Quick Tip lautet, bei aller Suchmaschinenoptimierung hin und her und all dem, was wichtig, richtig und notwendig und toll ist, vergiss bitte nicht, für wen du schreibst. Du schreibst nicht für Google, sondern du schreibst für deine Leser. Das ist wichtig, enorm wichtig. Denn was nutzt es dir? A, wenn der Leser auf die Seite kommt und sagt, boah, was ist das für ein Schrott und so will ich die Seite wieder verlässt, dann hast du zwar einen Leser gehabt, einen Besucher gehabt, keinen Leser, einen Besucher gehabt, der ist aber genervt und wird deine Seite nicht ein zweites Mal aufrufen. Und B, auch aus SEO-Sicht hast du nichts gewonnen, denn deine Absprungrate ist extrem hoch, womit dein Ranking immer mehr absacken wird. Kurz, SEO-Optimierung, ja. Keywords in die Texte einbauen, ja. Texte für die Suchmaschine schreiben, um Gottes Willen, nein. Schreibe für die Leser, die Leser sollen deine Texte lesen, sie müssen richtig vernünftig sein und wenn du nicht alle Keywords optimal einbauen kannst, dann ist das eben so. Also nicht auf Verdeih und Verderb irgendeine Wurstelei, die keinem mehr hilft. Weder dir, noch dem Suchenden, noch Google. Das ist der Quick-Tipp für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.